Und damit hallo und herzlich willkommen zur Wasserball Champions League auf TV Berlin. Das zweite Spiel steht für die Wasserfreunde aus Spandau. Auf dem Programm neben mir begrüße ich nun den wieder Ex-Bundestrainer Hagen Stamm. Hallo Hagen. Hallo. Deutsch-Italienische Duelle im Sport sind immer relativ prestigereich. Was erwartest du dir heute vom Spiel? Ja, dadurch, dass wir mit 8 zu 6 einen Superstart in Nizza am ersten Spiel hatten und gewonnen haben und damit mit 3-0 Punkten in die Saison starten, eine besondere Brisanz hier nachzulegen in Brescia wäre fast schon eine Sensation. Aber wahrscheinlich ist Brescia der Gegner, den man am ehesten jetzt noch schlagen kann. Und warum dann nicht in Brescia? Die Spandau haben den Ball geholt am Anfang, dann aber leider jetzt den Ball wieder verloren. Jetzt eine schöne Verteidigungsaktion vom Center-Verteidiger. In dem Fall war es Luc Gielen. Ich glaube, dass wir insgesamt eine stärkere Mannschaft als im letzten Jahr haben. Nizza war noch ein bisschen schwierig am Anfang. Jetzt eine sehr schöne Chance. Konter gerade. Dedovic ist das. Er kriegt den Ball nicht ganz rein. Also schade, der trudelt so auf der Linie lang. Das wäre natürlich ein super Anfang jetzt mit dem 1 zu 0 gewesen. Schade. Das wäre so genau die Führung, die man braucht. Kurz zur Orientierung noch. Italiener sind jetzt im Ballbesitz. Hat noch eine schöne Wurfschance. Wurfschance haben die weißen Badekappen auf. Spandau von links nach rechts mit den schwarzen Badekappen. Ist jetzt im Ballbesitz. Und es ist auf jeden Fall ein sehr flotter und munterer Spielbeginn. Ja, schon wieder Konter. Jetzt Marin Restovic alleine. Der Italiener hängt da hinterher. Der muss aufs Tor gehen. Hat da zu lange gezögert. Und jetzt hat er viel mehr Platz. Oh, schade. Er versucht über Kopf. Wäre in dem vielleicht besser, in dem Fall besser gewesen. Langflach oder kurzflach. Aber von hier sagt man das natürlich jetzt recht leicht. Also da sieht man aber, wie gut die Konterschance ist. Jetzt die zweite. Und genau, er versucht über die Hörner zu schießen. Und genau da ist der Torwart mit beiden Händen da. Also ein sehr schneller Auftakt. Zwei gute Chancen im Konter. Dedovic dann jetzt Restovic. Aber fairerweise muss man sagen, auch die Italiener mit einer Chance, wo Baxter gut hält. Und Konterfaul vorne bei Matteo Csuk, wo Marin Restovic den Ball hatte. Aber der Schiedsrichter entscheidet vorne auf Konterfaul. Und damit haben die Italiener jetzt ihre 30 Sekunden Angriffszeit. Die Bälle werden immer recht schnell nach vorne getragen. Nächste Möglichkeit, nächste Parade. Ja, Centerposition vom Center aus. Aber Baxter im Tor ist da. Und es geht wieder in die andere Richtung. Also wenn wir es mit der letzten Partie vergleichen, da wurde doch relativ viel gepresst und mit dem Gegenspieler relativ wenig Platz gelassen. Ich glaube, die Verteidigung jetzt aktuell kommt den Spandauern sehr entgegen. Das ist Marco Stamm jetzt. Schade. Am Tor knapp vorbei. Ein bisschen, glaube ich, sogar noch die Latte ist treffen. Ja, sie spielen nicht Press. Brescher lässt den Spandauern Luft, den Ball anzunehmen. Ich glaube, das ist für Spandau gut. Also die Verteidigung von Nizza hat den Spandauern überhaupt nicht gefallen. Die haben sofort gepresst über das ganze Feld. Und jetzt ist ein ein bisschen mehr Luft, ein bisschen mehr und schnellere Zonenverteidigung. Das heißt, zurückgezogen beim Center. Ich glaube, das mögen Spandau lieber. Gegen das Lattenkreuz. Ja, es geht jetzt hier los. Das ist ja Wahnsinn. Nur noch kein zählbarer Erfolg. Aber auch der, ja, sehr schöner Schuss von dem Italiener mit der Nummer 8, Nora. Den Hessemann auch nicht halten können. Ich glaube, der Hedwaxer hat dann vielleicht nicht gekriegt. Also jetzt inzwischen schon zwei sehr gute Chancen auf beiden Seiten. Ausgeglich nach Anfang. Man sieht es jetzt wunderbar. Die Italiener stehen in der Zone. Spandau versucht das. Und das 1 zu 0. Boah, toller Schuss von Lugil. Ja, muss man sagen. Aus, ich sage mal, 8 Metern bestimmt. Sehr schöner Schuss. Trocken, flach. Wir sehen es in der Zeitlupe. Ja, gut. Da passt wenig zwischen. Ja, Torwart hat auch so ein bisschen geschlafen vielleicht und hat mit dem Schuss aus der Distanz nicht gerechnet. Und natürlich jetzt ein sehr guter Auftakt. Wir hätten schon 1 zu 0 führen können. Das hätte vielleicht das 2 zu 0. Wir hätten uns auch nicht beschweren müssen, wenn es jetzt schon ein Tor mehr gewesen wäre. Für die Italiener. Also von daher jetzt Führung auswärts. Sollte erstmal Ruhe bringen. Spandau spielt am Anfang erstmal Press. Geht jetzt zurück auf Zone. Ja, aber ich glaube, den gibt er nicht. Nein, ich glaube, den gibt er nicht, weil er drin im Feld war. Oder gibt dann doch. Ich dachte, er ist in 5 Metern. Er hat das Tor gegeben. Also ist das 1 zu 1. Ich dachte, dass der Schuss vielleicht sogar im 5-Meter-Bereich war. Dann darf er nicht direkt aufs Tor schießen. Baxer hat dann wenig geschlafen. Hat vielleicht mit dem Schuss nicht rechnet. Man darf nur direkt den Freiwurf werfen, wenn man außerhalb der gelben Markierung ist. Also außerhalb des 5-Meter-Bereiches. Für mich war es drin. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen vielleicht Heimvorteil. Schöner passt er eigentlich auf den einen Schwimmer. Schade, kommt Marco Stamm nicht richtig ran. Und noch 14 Sekunden Angriffszeit. Also eigentlich noch genug Zeit. Ja, wieder. Das ist jetzt okay. Der hätte auch drin sein können. Vielleicht Ausgleich für den italienischen Lattentreffer davor. Das ist ja übrigens der Lungo, der italienische Nationalmannschaftstorwart. Einer von beiden. Insgesamt drei oder vier, muss man eigentlich sagen, italienische Nationalspieler hier im Wasser. Und auch noch ein paar, die bereits vorher italienische Nationalspieler waren. Serben und Montenegriner im Wasser. Also eine bunte Mischung auf Seite von Brescia. Und da kommt der nächste 5-Meter-Schuss. Und den hält Baxer super. Also das ist sehr schwer. Von der Mitte des Tores kann sich der Schütze jetzt eigentlich beide Ecken aussuchen. Versucht es über den Kopf. Und Baxer hält den. Da setze ich im Center. Das ist Ubovic. Baxer setzt sich da sehr gut durch. Und da haben wir eigentlich Glück, dass der wieder an die Latte geht. Also bisher munteres Scheibenschießen hier beim Tor. Und die Torwärter halten auch ein bisschen. Spielstand 1 zu 1 eigentlich für die Torschancen. Viel zu niedrig bisher. Kommt der Pass genau vorne, als sich Remy Saudadier ist in der Center-Position. Da glaube ich, wir sind gerade weg bewegt vom Ball. Da kommt genau der Pass im falschen Moment. Und damit die Italiener wieder im Angriff. Und Unterzahl. Und ein Time-out durch den Trainer Bovo, der Italiener, der schon sehr lange Trainer bei Brescia ist. Da eigentlich schon so ein bisschen wie die Fliesen im Schwimmbad dazugehört. Und damit jetzt Überzahlmöglichkeit für Italien. Bisher ging es ja immer nur Konter, Konter, Konter die ganze Zeit. Und hin und her. Und sehr schöne Schüsse. Aber jetzt muss leider Luke Gielen da raus. Wo ich ehrlich sagen muss, ich habe auch nicht richtig erkannt, er ist ohne Ball. Er war auf dem Angreifer hinten drauf, ist ohne Ball rausgeflogen. Vielleicht auch so ein bisschen so eine Konzessionsentscheidung jetzt. Zwei Schiedsrichter, einer aus Ungarn, einer aus Griechenland, weil das Blüte, da sieht man auch noch mal das Tor. Er schießt das Tor und muss jetzt leider hinten dann in den Unterzahl raus. Zwei Schiedsrichter aus Blütenwasserballnationen. Ich habe da keine Herausforderung gesehen in der Center-Position ohne Ball. Aber die Schiedsrichter haben anscheinend da mehr rein interpretiert, als jetzt zu sehen ist. Nur noch zwei Minuten zu spielen. Relativ schnell abgeschlossen, aber entsprechend der richtige Lösungsansatz. Ja, von der Mitte auch. Ja, da ist Paskovic, ein montenegrinischer Nationalspieler, nicht sehr groß. Aber da sieht man, ja, Remy Souda, die ärgert sich. Er hat die Ecke eigentlich. Er ist zuständig für die kurze Ecke und er wird ihm aber knapp am Arm vorbeigezogen. Ist natürlich von der Mitte auch. Der Schütze kann sich das ganze Tor aussuchen. Und der Torwart muss sich da auf die Verteidiger verlassen, die in der Ecke sind. Damit leider aus dem 1 zu 0, aus der 1 zu 0 Führung jetzt ein 1 zu 2 Rückstand aus Spandower Sicht. Jetzt gibt es auch Ausstellungen und damit Überzahl. Und dann hat Spandower die Chance zum Unentschieden jetzt. Leider Torwart dran. Blumbo, den hat er sehr schön gehalten. Jetzt gehe ich wieder schnell nach vorne. Ja, in die andere Richtung. Da lässt er sich faulen, um dann jetzt hier einen 5-Meter-Schuss zu nehmen. Und ihn aber nicht. Passt noch mal rüber. Noch 12 Sekunden in der Angriffszeit. Also eigentlich noch genug Zeit, den Angriff auszuspielen. Die sind nervös irgendwie. Also es sieht alles nicht so gut aus. Sehr schön geholfen da in der Verteidigung. Und Marco Stamm springt zurück. Und Kovacevic nimmt seinen Timeout, weil noch 49 Sekunden zu spielen sind und man pro Vierteljahr ein Timeout hat. Es ist jetzt sinnvoll, Ruhe ins Spiel zu bringen. Vielleicht nochmal 2-2 Ausgleich zu machen. Und nochmal taktische Anweisungen zu geben und dafür zu sorgen, für den Ausgleich zu machen. Entschuldigung. Natürlich nicht Kovacevic. Denn dazu muss man auch was sagen. Peter Kovacevic hat nach der roten Karte, die er in Nizza bekommen hat, leider jetzt keine Spielerlaubnis am Beckenrand hätte ich fast gesagt. Er darf nicht. Er muss auf der Tribüne sitzen. Er ist mit bei. Und damit ist Co-Trainer Peter Röhle in der Verantwortung. Ein völlig ungewöhnliches Bild. Und der hat die Verantwortung jetzt für dieses erste Viertel, hat diese Timeout-Denken gut genommen. Jetzt nochmal 49 Sekunden vor Ende des Viertels. Und da sieht man, dass er eigentlich im 5-Meter-Bereich war. Nora, der Spieler. Aber okay. Tor ist Tor. Der Schiedsrichter hat ihn trotzdem gegeben. Ja, als Torwart muss man sagen, man muss immer reagieren und erstmal gucken, dann kann der Schiedsrichter immer noch abpfeifen. Aber da war wahrscheinlich der Überraschungsfaktor doch sehr groß. Und Spandau jetzt durch das Timeout, eben die ganze Angriffszeit und alle 30 Sekunden noch Zeit voll auszuspielen. Marin Restovic da außen, Matteo Csuk in der Center-Position. Oh, da wird er in die Fliesen gedrückt und der Schiedsrichter macht Zeichen, ja weiterspielen, weiterspielen war nichts. Also er war unter Wasser und konnte überhaupt an den Ball nicht rankommen. Der italienische Verteidiger hatte beide Hände raus oder beide Hände drin in dem Fall. Und hat ihn eigentlich gefoult und nicht beide Hände raus, wie es notwendig gewesen wäre. Und das ist jetzt durchaus bitter. Ja, unglücklich, 11 Sekunden. Also jetzt zwei sehr, sehr unglückliche Tore, muss ich wirklich sagen. Bertoli, der zweite Center. Schade, da sahen wir jetzt nicht gut aus. Der darf da auch nicht so zum Schuss kommen. Jetzt nur noch fünf Sekunden zu spielen. Jetzt gibt es noch eine Ausstellung, aber der bringt natürlich nicht viel. Da wird Spandau wahrscheinlich gar nicht mehr schießen, sondern sich bemühen, im zweiten Viertel dann den Ball zu holen. Doch, er versucht es noch. Wahnsinn. Dedovic mit einem, ja, eine Sekunde vor Ende des Viertels. Aber da muss man dann natürlich jetzt auch Glück haben, ja. Eine Sekunde vor Ende des Viertels ist mutig, die Überzahl zu nehmen und dann auch zu schießen, damit 3 zu 2. Und er nimmt den und da sieht der Torwart Lungo nicht gut aus bei dem Schuss. Da schläft er auch ein bisschen. Also auch das war jetzt Ausgleich. Und damit 3 zu 2. Sieht erstmal gut aus. 3 zu 2 nach Viertel 1. Wir machen eine kurze Pause und sehen uns und hören uns dann gleich wieder. Om dort umdauer imparf zum Lungo nicht zu nehmen, 得 ils währenddessen. 2, 2, 3! Musik 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 Und wir sind zurück, was aber als Champions League auf TV Berlin Brecher führt mit 3 zu 2 gegen die Wasserfreunde aus Spandau, die eigentlich den westen Start erwischt haben Dann allerdings konnten Italiener mit zwei sehr ausgefuchsten Toren in Führung gehen Kurz vor Ende des Viertels dann noch die Verkürzung durch die Wasserfreunde aus Spandau Die Gäste bzw. nicht die Gäste, sondern das Heimteam ist im Ballbesitz Und was auch noch zu sagen ist, man hat in Brecher das große Glück, es ist ein reines Wasserballstadion, in dem gespielt wird Ja, 30 Meter Spielfeld, 33 Meter Beckenlänge, also glaube ich hinter jedem Tor ein bisschen Es ist also wirklich ein völlig anderes, als wenn man auf den 50 Meter Becken in Deutschland spielt und dahinter immer noch so viel Platz hat Also hier ist es wirklich rein für Wasserball und keine Konkurrenz zu den Schwimmern Die dann einem ja immer Wasser und Trainingsfläche wegnehmen können Da verliert Marien Restovic jetzt leider den Ball Ball unter Wasser, war ein bisschen unglücklich Dass er den Ball nicht richtig abschirmt Und damit Brecher wieder neue Angriffszeit Und die Chance auszubauen Also bisher war es sehr glücklich für Brecher Spandau hat eigentlich gut angefangen aus meiner Sicht Spiel noch in der Verteidigung ganz vernünftig mit einem starken Torwart Laszlo Baxer da hinten drin Gutes Center-Verteidiger Mit Saudadier und mit Luc Gielen Wieder schön geholfen, sehr gut Hinten nimmt der Center-Verteidiger in dem Fall jetzt die Arme raus Und die zweite Reihe springt zurück Und damit gibt der Schiedsrichter dann keinen Foul Und man kann den Ball dann wegnehmen Also in der Verteidigung machen sie es sehr gut Und sie sind wahnsinnige Überzahl Jetzt da schon wieder Der Italiener schwimmt hinterher Sechs, sieben Meter Und wir sind Überzahl Und aus den Chancen muss man mehr machen jetzt Und muss man sehen Ja, da ist ja ein Querpass Vielleicht hätte der Ball auf die rechte Seite gemusst Und dann nochmal einen Querpass zurück Dass man den Torwart bewegt Das war jetzt so zu einfach Luc Gielen schwimmt aufs Tor Und schießt, wenn er drin ist, ist gut Aber der wäre auch so nicht reingegangen Wenn der Torwart nicht dran gewesen wäre Dann war er vorher mit dem Flachschuss, glaube ich, besser beraten Und die entscheiden sogar, dass es keine Ecke gibt Also dass man, das verstehe ich nicht Torwart war eigentlich dran Er hätte eine Ecke geben müssen Hat der Schiedsrichter anscheinend nicht gesehen Und damit wieder die Italiener im Angriff Auch sehr schön gute, bewegliche Zone Stehen drei Leute so zurück und springen Baxter springt mit raus Center-Verteidiger kriegt jetzt da auch einen Stürmerfoul Und wieder Überzahl Jeder Konter sind die momentan durch Also es ist Wahnsinn Der Italiener von Brescia hängt da hinterher Aber unsere Leute schwimmen nicht bis zur Grundlinie durch Das ist für mich ein 5 Meter Also der Ball liegt vor Man hat den Platz zum Tor Alleine kann aufs Tor zu gehen Und der Schiedsrichter entscheidet nur in der Rausstellung Aber nur, okay, Rausstellung bedeutet auch man mehr Und die Chance zum 3 zu 3 Und das war richtig gut gespielt Durch die Mette, schön gespielt 3 zu 3 Ausgleich Medi Masuki ist das Ja, er will ausgewechselt werden Ist wahrscheinlich Am Ende braucht Sauerstoffzelt draußen Aber wunderschöner Pass von Luquil Medi Masuki hoch raus Man sieht die Badehose Hier in der Zeitlupe auch nochmal ganz toll Und legt den flach unterm Arm als Aufsetzer rein Also tolles Tor Und 3 zu 3 Damals ist das Spiel wieder offen Hier sehen wir jetzt Peter Röhle nochmal als Trainer Auch nicht jeden Tag Dass er am Beckenrand in der Hauptverantwortung ist Und Peter Kovaciewicz auf der Tribüne Wird wahrscheinlich Nägel kauen Und wird sich ärgern Dass er in Nizza raus musste Und dass er jetzt nicht auf der Bank sitzen kann Aber so ist die Regel Wer die rote Karte kriegt Und er hat sich erst die gelbe Nizza eingefangen Hat dann weiter gemeckert Mit dem Schiedsrichter Und diskutiert Und dann die rote bekommen Unnötig Aber Peter Röhle macht das bisher hier gut Und 3 zu 3 denke ich Ist ja eine gute Ausgangsbasis Nuris Jüngling jetzt in der Verteidigung Gut gearbeitet Und wieder Der geht raus Der Italiener Wir sind wieder Überzahl Der muss das Wasser verlassen Er hat gezogen beim Zurückschwimmen Und Spandau mit einer Überzahlchance Und jetzt eigentlich damit Mit der Riesenschance In Führung zu gehen Wieder Was von der Moral Für die Italiener Katastrophal wäre Hätte der Italiener jetzt berührt Hätte 5 Meter geben müssen Beim Rausschwimmen Also hätte man ein bisschen Schlauer machen können Da außen Schade 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 Es hat zu lange gedauert Und Marco Stamm kriegt den Pass Anspiel gut Aber eigentlich zu spät schon Vorher hätte man länger ausspielen können Schade Das wäre eine gute Chance gewesen Der kommt noch zum Schuss Aber zieht den dann lange Ecke vorbei Und damit jetzt Ja Brescia im Angriff Das ist eine tolle Entscheidung vom Schiedsrichter Sehr mutig Sehr, sehr mutig Muss man sagen Prisciutti Italiener Der jüngere der beiden Prisciutis Die spielen da beide Die Spandau kriegt ja eine Rausstellung Weil ein Spandauer Spieler Zu radikal Zu doll einsteigt Also so fast an der Grenze Zum Schlagen Und der Prisciutti versucht dann Direkt zu schießen Steht aber in dem 5 Meter Raum Und weil er von da nicht direkt schießen darf Gibt der Schiedsrichter dann Stürmerfoul Und gibt das Tor nicht Weil der Schuss nicht erlaubt war Also eine sehr mutige Entscheidung Bei einem Heimspiel Spricht für die Klasse des Schiedsrichters Jetzt in dem Moment Dass sie das Tor nicht geben Weiter 3-3 Spandauer spielt jetzt Oxone Zurückgezogen Und dann wird jetzt 8 Sekunden Und der Abschluss von da kommen Der schießt das Tor Und in den Pfiff Gibt der vorne eine Rausstellung Der Schiedsrichter Da heißt der Tor zählt auch nicht Die Italiener sind Überzahl Meckern natürlich Dass er genau in den Schuss hinein Jetzt pfeift Das ist wieder Prisciutti der gleiche Er hat jetzt noch ein bisschen Pech Dass der Schiedsrichter Überzahl Oh eine doppelte Überzahl Jetzt Zwei Italiener mehr Vier Spandauer nur in der Verteidigung Sechs Italiener im Angriff Das ist zu viel Das ist der Bruder Prisciutti Nummer 3 Der ältere von beiden Auch italienischer Nationalspieler Man sieht es am eingeblendeten Alter Mit 34 Einer der Senioren Von Italien Aber ein sehr erfahrener Kerl Den man da in der Mitte Natürlich nicht alleine stehen lassen darf Ja anstatt vorher Bei der Spandauer Überzahl 4-3 Wo Marco Stamm die Chance hatte Jetzt leider Brescher mit 4-3 in Führung Lukas Küppers jetzt im Wasser Haben wir da gerade gesehen Runter Foul von Center Und mit Brescher wieder ein Ballbesitz Riesentat von Baxa Also der Italiener ist alleine vor Hat nur noch Baxa vor sich Und hält da einen wahnsinnigen Riesen Der Baxa Und wir haben im Konter die Überzahlmöglichkeit Marco Stamm auf der anderen Seite Hat jetzt die Chance Sehr schöner Bogenball Hätte das 4-4 sein müssen Steht alleine Auf der Seite drüben schade Das war jetzt wirklich Pech Der ist schön geschossen Muss nur reingehen Über den Torwart rüber Und anstatt reinzuprallen Prallt er vom Pfosten wieder ab Das war jetzt Pech Und der Italiener Bovo nimmt die Auszeit Er merkt, dass da ein Nied im Busch gerade ist In seiner Truppe Generell aber sehr schöner gespielter Angriff Ja, es ist ja oft so, dass Reconter dann die gefährlichere Sache ist Die Italiener machen den Konter Sind eigentlich alleine vor Schießen Baxa hält Und Spandau geht in den Reconter Und alle Italiener gucken noch zu Wie vorne der Mann ein Tor schießt Und ist kein Tor Und dann hat man im Reconter die Chance Das Tor zu machen Das war für Marco Stamm jetzt Eine riesengroße Chance auszugleichen Schade, wäre wichtig gewesen In der Situation Ja, man sieht viele Zuschauer in der Halle In Italien ist Wasserball sehr populär Brescia ist die zweite Kraft in Italien Inter Pro Recco Genua Aktuell beide, glaube ich, noch ungeschlagen in der Liga Weil sie noch nicht gegeneinander gespielt haben Und jetzt mit der Überzahl die Chance, auf zwei Tore wegzuziehen Gut verteidigt Und noch eine Ausstellung Gleich dahinter die nächste Tobias Preuß ist das jetzt Der nochmal den Baxa verlassen muss Und damit haben die das zweite Mal hintereinander jetzt nochmal die Chance Doppel die Überzahl Oh Baxa, wahnsinnig gut aufgepasst Der Pass sollte auf den Spieler hinter ihm kommen Der dann das leere Tor hätte eindrücken können Und Baxa springt raus Und fängt den Ball ab Also jetzt diese doppelte Überzahl Kein Tor zu kriegen Spricht für eine klasse Verteidigung in der Unterzahl Und der ist auch schon wieder das schöne Spiel Nein, Matteo Csuk einfach immer zu schnell Er hat alle Zeit der Welt Er ist von Marijn Restovic so toll gespielt Er kriegt den Ball auf außen Und er spielt dann auf Matteo Csuk da in der Mitte Und er steht alleine in der Mitte Und schießt einfach zu schnell Also hat er alle Zeit der Welt Kann nochmal aufziehen Kann gucken, wo der Torwart sich hinbewegt Und schießt aber viel zu schnell Schade, das hätte das 4-4 sein müssen Baxa toll erhalten Sehr schöne Parade Und jetzt dann Gegenangriff Leider vorher nicht das 4-4 Aber vielleicht jetzt Da vorne Marco Stamm eigentlich durch Und kriegt eine Rausstellung Gegen den Italiener Oder was pfeift der da Pfeift der eine Rolle Das ist eine Schiedsrichterrolle Wofür eigentlich jetzt Rolle gegen Marco Stamm Gegen den Spandauer Kapitän Also für mich völlig unklar Aber der jetzt da Kann nur wegen meckern Oder wegen Boah, das ist natürlich ein Hammer jetzt Damit sind die Italiener Überzahl Jetzt gilt es erst mal das Gegentor zu verhindern Ja und Marco ist damit für das ganze Spiel raus Also Rolle heißt Er kann nicht mehr eingesetzt werden Das ist natürlich jetzt eine Schwächung Baxa hält erst mal Ja Baxa hält, toll Und noch 20 Sekunden Ja das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden Keine Brutalität Nichts war zu sehen Und eigentlich auch nichts zu hören Jetzt irgendwie Dass einer meckert Ja jetzt nimmt Peter Röhle Timeout bei 8 Sekunden Okay, dann muss er bei 20 Sekunden Aber der ist wahrscheinlich jetzt auch noch so Unter Schock gewesen Dass er Marco Stamm da verliert jetzt Dass er nicht sofort Wenn Baxa den Ball hält Muss er eigentlich Timeout nehmen Hat er jetzt so 10 Sekunden Sind leider schon von der Angriffszeit rum Und nur noch 8 Sekunden zu spielen In 8 Sekunden wird jetzt wenig zu machen sein Jetzt waren aber wirklich ein paar Sehr unglückliche Sachen dabei Also die Entscheidung vorne Ich habe es eher so gesehen Dass der Italiener raus muss Weil er aufschwimmt Auf Marco Stamm, der vor ist Und jetzt gilt es darum Das wegzustecken Zu verkraften Und jetzt die 2, 3 Chancen Die vorne gewesen sind Und es 4 zu 4 zu machen Zu vergessen Neu anzufangen In die Viertelpause zu gehen Und vielleicht bei den 8 Sekunden Jetzt noch einen guten Torschuss zu machen Wäre natürlich Wahnsinn Oder einen neuen Sinn Noch zu spielen Und vielleicht doch noch Das unentschieden zu machen Und nicht lange über die Rolle Nachzudenken Spiel läuft wieder Ein Wurf kommt Allerdings gehalten Ja gut Das habe ich jetzt gar nicht gesehen Also Spandau ist auch Überzahl gewesen Deswegen Timeout von Peter Röhle 9 Sekunden vor Ende Und damit kommen noch die Torschusschance Für Luke Gielen Der den ersten so schön getroffen hat Aber der Torwart hält Und damit ist noch eine Sekunde nur zu spielen Weil es in der Ecke In einer Sekunde fällt kein Tor mehr Also mit dieser Überzahl Jetzt vielleicht auch so ein bisschen Eine Konzessionsentscheidung Oder eine Kompensation Dieser Ausstellung Die ich bisher immer noch nicht verstehe Also was er da gepfiffen hat Wir machen eine kleine Pause Versuchen Derweil die Herausstellung zu verstehen Und kommen dann mit dem Ergebnis Dieser Gedankensuche dann gleich zurück Und wir sind zurück Wasser bei Champions League auf TV Berlin Die Wasserfreunde aus Spandau Liegen zurück mit einem Treffer Und müssen auf den Kapitän verzichten Ja, deiner Center Position War das jetzt unglücklich In der Phase Dass der Bertoli da jetzt 5 zu 3 macht Nachdem am Ende des zweiten Viertels Die Spandauer so viele gute Torschancen hatten Und da in der Center-Verteidigung Macht er eine Rückhand Bei Matteo Csuk Da haben sie es geschafft Matteo Csuk unseren Center In die Center-Verteidigung zu ziehen Und der sieht da unglücklich aus Es ist oft so, dass man die Position Die man selber spielt Dann nicht so gerne in der Verteidigung mag Und da sah Matteo jetzt sehr schlecht aus Dann muss er den Foul machen Und muss zur Not auch auf eine Ausstellung gehen Dass der da nicht zur Rückhand kommt Und damit ist jetzt zwei Tore Unterschied Schade Aber macht der Post-Vend wieder gut Also ist ja okay Wieder Matteo Csuk Geht vorne auf seine Center-Position Nimmt den Ball und macht auch eine Rückhand Also ist jetzt schon eine nette Situation Für hinten Fui Vorne Hui Und auch selber eine Rückhand Tolles Tor Gut, wir gehen nochmal ganz kurz Auf vielleicht eine spielentscheidende Szene ein Marco Stamm ist nicht mehr dabei Und wir sind uns beide sicher Es muss wohl aufgrund der Tatsache sein Weil irgendwie Worte gefallen sein müssen Ja, sehr schwer Also der Italiener hat was er sagt Ich bin gar nicht sicher Ob Marco überhaupt was er sagt Ich hoffe, dass der Schiedsrichter Wie gesagt Da nicht Also sieht er nach einer wirklich bösen Fehlentscheidung aus Aber okay Wir sind jetzt hier nicht so nah dran Dass wir da jeden Wortlaut Oder jede gestige Mimik gehört haben Aber es ist schon ein bisschen komisch Und es kommen jetzt auch so ein paar Entscheidungen Die irgendwie so zeigen Jetzt leider sieht es aus wie ein 5 Meter Also da ist der italienische Center In dem Fall jetzt Ubovic vor Und unser Verteidiger kann nur noch zugreifen Und der griechische Schiedsrichter muss dann Den 5 Meter geben, den es jetzt gleich geben wird Und damit die Chance für die Italiener Wieder 6 zu 4 in Führung zu geben Also eine sehr unglückliche Situation Wir werden nachher sicherlich nochmal analysieren können Was wirklich passiert Der Schiedsrichter gestikuliert Dass er gemeckert hat Und überkopft bei Baxa Jetzt leider zum 6 zu 4 Die Italiener Schade Spandau war mehrfach dran Unentschieden zu machen Rizzo, ehemaliger italienischer Nationalspieler Mit der Nummer 6 Und macht da ein sehr schönes Tor Auch mit 32 Jahren Schon ein bisschen älter Sehr abgezockt Ja hoch in Angel Gar nicht überkopf Sondern wirklich hoch in Angel Da war nichts zu halten 6 zu 4 jetzt also Und jetzt gilt es Wieder eine passende und schnelle Reaktion zu zeigen Sehr ärgerlich Zwei oder dreimal lag das unentschieden zum 4-4 in der Luft Dedovic jetzt da Hart bedrängt Luke Gielen Und die Italiener stören jetzt auch ein Stück weit früh Ja, stören Jetzt kommen sie aber zur Zone zurück Also von der Center-Position Oh, das war jetzt ein Missverständnis Da geht der Ball zu Medi Masuki Der denkt, dass außen noch Moritz Oehler ist Aber der ist schon auf dem Rückweg gegangen Da war gar keiner mehr, wo er den Ball hinspielen wollte Sah jetzt ein bisschen konfus aus Ist so schade Ist jetzt sehr schwer für die Jungs natürlich zu verkraften Zu sagen, Mensch, okay Wir hätten unentschieden machen können Wir spielen bisher hier ein gutes Spiel Gerade in der Verteidigung, muss man sagen Machen sie eine sehr gute Partie heute Spielen eine sehr schöne Zone Wachser hält entsprechend Passt jetzt gerade wunderbar Mit zwei Händen sogar Wir haben ganz viele Konter im ersten Viertel gehabt Wo wir Tore hätten machen müssen Die Italiener hätten sich nicht beschweren dürfen Wenn sie jetzt aktuell zurückliegen würden Aber so steht es leider Ist die Realität Zwei Tore für die Italiener Medi Masuki mit dem Ball sucht Er einen Anspielpartner Kriegt einen Foul Moritz Oehler Da war überhaupt Der spielt ja den Ball Dem italienischen Verteidiger in den Arm Also da war ein Anspielcenter unmöglich Also es sind jetzt wirklich Unkonzentriertheiten Die nicht schön sind Gerade von so einem alterfahrenen Spieler Wie Moritz Oehler Der schon zig Jahre Nationalmannschaft gespielt hat Schade Da ist jetzt irgendwie so ein bisschen der Riss drin Ich hoffe, dass sie nochmal zurückkommen Vorbei glücklicherweise Aber den hätte Baxa glaube ich auch gehabt Also Laszlo Baxa hinten im Tor bisher Wie immer sicher Jetzt Überzahl einer mehr Spandau Dedovic Schöner Querpass Schade ja Sehr schön gehalten von Lungo Das war die Chance zum 6-5 Also ein schöner Konter Querpass Eigentlich alles gut gespielt So muss der Konter nach vorne getragen werden Und der italienische Trainer nimmt seinen Timeout Er kann das Das ist seine Distanz von Lugil Er kann von da die Tore machen Er hat das 1-0 Genau aus einer ähnlichen Position gemacht Aber leider jetzt nicht drin Das wäre natürlich jetzt mit 6-5 Eine gute Antwort für die Querelen vorhin Und für die Unsicherheiten Was da mit dem Kapitän Marco Stamm passiert ist Aber die Mannschaft muss jetzt einfach Nochmal alle Kräfte freisetzen Um da wieder ranzukommen Spiel läuft wieder Die Hausherren im Ball gesetzt Ja, Spandau jetzt presst Und er versucht jetzt da einen 5-Meter-Schuss zu machen Sehr schön geblockt Von Nedi Masuki Dadurch muss der Torwart gar nicht eingreifen Ist jetzt öfter passiert Baxer sucht einen Anspielpartner Und findet so schnell keinen Also es ist dann Die Konterschancen sind vorbei Anders als im ersten Viertel Der Pass war auch wieder unkonzentriert Da ist der Italiener eigentlich vor Und er kriegt den Ball vorgelegt Nicht der Spandauer Spieler Das ist jetzt gerade bei Passivnauigkeit Und bei Anspielen auf dem Center Ist da jetzt so ein bisschen der Wurm drin Und wir kriegen die Konter nicht mehr durch Weil sich keiner richtig umdreht Vielleicht auch die schwimmerische Überlegenheit Aktuell nicht so stark Wie im ersten Viertel Da waren ganz viele Konter Und da gab es ja teilweise Chancen Wo Spandau 2-3 Meter vor war Ja, sehr gut Das war sehr gut verteidigt jetzt Er möchte das Foul zum 5-Meter-Schuss Anders als in Deutschland Im Übrigen In Deutschland ist es so Jeder Schiedsrichter pfeift oft in Deutschland Foul Auch wenn gar kein Foul ist Und macht es da mit dem Angreifer leicht Hier international ist es völlig anders Die Spieler müssen um den Ball kämpfen Um einen 5-Meter-Foul zu kriegen Dann sollten die deutschen Schiedsrichter Sich mal da Die gleiche Konstellation Man muss kämpfen Wenn man nicht nachsetzt Jetzt nimmt in dem Fall Der Italiener dem Spandauer den Ball weg Es ist immer wieder schwierig Sich umzustellen In Deutschland wird mehr oder weniger Hausfrauen-Wasserball da gepfiffen Und hier plötzlich Auch da wieder Kampf um jeden Ball Und die Schiedsrichter verteilen Keine Geschenke Sondern entsprechend nur dann ein Foul Wenn es auch wirklich ein Foul ist Und jetzt nimmt Peter Röhle Sein Timeout Jeder Trainer hat ja ein Timeout pro Viertel Zwei Minuten 15 noch auf der Uhr Im dritten Spielabschnitt Ja, es ist ein generelles Problem In der Liga in Deutschland Da müssen vielleicht die deutschen Schiedsrichter Auch ein bisschen umdenken Es kann nicht sein, dass wenn beide Hände Vom Verteidiger raus sind Dann muss man die schwierige Frage stellen Womit er denn faulen soll Wenn beide Hände raus sind Und dann geben die Deutschen Immer schon so ein bisschen Von wegen Entwicklungshilfe Dann ein Fouls in der zweiten Reihe Wo es überhaupt keine Fouls sind Und wo man damit den Spielfluss durcheinander bringt Und dem Gegner zu leicht Einen Fünf-Meter-Schuss ermöglicht Das ist hier international völlig anders Wie man jetzt hier gerade An den letzten drei Zehen gesehen hat Da muss man um jeden Ball kämpfen Und sonst kriegt man keinen Freiwurf Ja, es muss das 6-5 jetzt fallen Also es wäre jetzt wirklich irre wichtig Noch zwei Minuten im dritten Viertel Wenn Spandau jetzt den Anschlusstreffer machen kann Würde auch glanzsicher die Spieler aus Brescia nervös machen Und da gibt es eine Rausstellung Da wird vorne in der Center-Position So doll eigentlich stiegen bei Csok Dass der Italiener auch ohne Ball Wasser verlassen muss Und damit hat Spandau jetzt die Chance Mit der Überzahl Den Anschlusstreffer zu machen Sehr wichtige Zähne im Spiel jetzt Restovic Jüngling Ja, aber da waren drei Verteidiger rum Der lange Pass auf die andere Seite Zu Restovic hätte kommen müssen Und nicht der Pass auf Csok Wo drei Leute drumstehen Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe Fliegen wir noch raus Also es ist dann die doppelte Höchststrafe Schlechten Pass sie spielt Und dann auch noch jetzt rausfliegen In dem Fall Schade Der Ball hätte zu Restovic zur anderen Seite Und so haben die Italiener jetzt die Chance Drei Tore wegzugehen Das wäre natürlich, glaube ich So ein bisschen Vorentscheidung Ende des dritten Viertels Hoffen wir, dass Spandau den jetzt abwehren kann Und den nicht reinkriegt Aber da kommt Spandau wieder Und komplett auch gut Also da kommen die Italiener Und die spielen auch einen schlechten Pass Also die sind auch nicht vom anderen Stern Die sind hier heute zu schlagen Muss ich deutlich jetzt im dritten Viertel nochmal sagen Sie sind lange nicht so souverän Wie man sie aus den vorigen Jahren kannte Sie haben auch ein Jahr Abgänge zu verzeichnen Und Spandau ist da auf Augenhöhe Aber macht bisher den Sack da nicht zu Sehr schöne Tor Das ist der 6 zu 5 Wo wir jetzt hier wartet haben Matteo Csup macht da sein zweites Center-Tor Vorhin mit Rückhand Die hat sehr schön rumgedreht Nach vorne Und am Torwart vorbeigesetzt Das war eine sehr gute Aktion von ihm Und auch ein sehr schönes Anspiel Von Tobias Preuß Und der schmeißt da einen Gegner und Ball mit rein Aber das ist egal Tor ist Tor 6 zu 5 Kurz vor Ende des dritten Viertels Jetzt wäre es wichtig Nicht ein 7 zu 5 zu kriegen Sondern mit einem Torrückstand Das letzte Viertel zu gehen Dann ist alles möglich Dann ist hier die Sensation vielleicht noch möglich Dass man hier Punkte mitnimmt Oder einen Punkt mitnimmt Wenn man jetzt komplett Presse spielt Jetzt zur Zone zurück Und noch 10 Sekunden auf der Anlaufzeit Oh, da pfeift der Schiedsrichter Der eigentlich für die Seite gar nicht zuständig ist Da drüben der Ungar Der auch die Rausstellung von Marco Stamm gepfiffen hat Pfeift jetzt noch eine Rausstellung Bei 20 Sekunden Obwohl der griechische Schiedsrichter hier auf der Seite Eigentlich der Angriffsschiedsrichter ist Und nichts pfeift Ein bisschen seltsam an sich Dass da von hinten einer rein pfeift Aber die Italiener nehmen das Geschenk natürlich gerne an Und haben mit der Überzahl jetzt die Chance Wieder mit zwei Toren in Führung zu gehen Ja, schlecht auch verteidigt jetzt da Das Napolitano Auch ehemaliger Englischer Englischer, das war eigentlich schon italienischer Nationalspieler Auch schon weit über 30 Mittelmann muss da eigentlich mit dran sein Schade Also es ist jetzt wirklich Sie kämpfen sich ran Sie kommen wieder ins Spiel Und kriegen jetzt 14 Sekunden vor Ende des Viertels Das 7-5 ist noch nicht verloren Man kann in einem Viertel locker zwei Tore aufholen In der letzten Champions-Saison haben wir mal vier aufgeholt Oder sogar das vierte dann Am Ende noch des vierten Viertels Also es ist alles möglich Aber mit einem Tor wäre natürlich besser Der Schuss findet nicht den Weg ins Tor Und somit steht es Nach drei Vierteln 7-5 Wir machen eine kurze Pause Und sehen und hören uns dann gleich wieder Und wir sind zurück Wasserweil Champions League Auf TV Berlin Es läuft jetzt Das letzte Viertel In der Champions League Partie Die Brecher gegen Spandau 7-5 Für die Italiener Aber auch die Kommen in diesem Spiel Nicht von einem anderen Stern Es ist also noch einiges möglich Ja und so ein bisschen Das Anschwimmen von Tobias Preuß Jetzt vielleicht symptomatisch Für das ganze Spiel Man ist immer ganz knapp dran Er sieht so aus Als wenn Tobias Preuß Den Ball beim Anschwimmen eben holt Aber die Italiener holen ihn dann doch Und so funktioniert eigentlich Das ganze Spiel Jetzt schmeißt er den Ball weg Weil Ende der Zeit ist Er hätte sonst aufs Tor schießen müssen Weil die Angriffszeit vorbei ist Und damit Spandau jetzt dann doch Im Ballbesitz Und jetzt geht es darum Es kann nur heißen Schnellen 7-6-Anschluss Und die Italiener damit Noch mal unter Druck setzen Im letzten Viertel 9 Sekunden Angriffszeit Spandau Da wird der Stürmer vor die Pfiffen Wäre auch 2 Meter gewesen Man darf ohne Ball Nicht in den gegnerischen 2 Meter Raum hinein Also es wäre jetzt Wenn es nicht abstoßen gewesen wäre Kein Konterfoul Die Pfiffen hätte Dann wäre es 2 Meter Und damit auch regulär Also die Zeit des Angriffs war jetzt vorbei Und damit die Italiener Wechseln noch mal Ein Spieler geht in die Wechselzone Ein neuer Spieler kommt Dadurch verliert man eigentlich relativ viel Angriffszeit Und Konterfoul Und damit Spandau wieder Im Ballbesitz Also es ist jetzt eine gute Chance Überzahl Da schwimmt unser Center-Verteidiger 3 Meter vor dem Italiener Jetzt wird der Vorsprung allerdings kleiner Das wäre es jetzt hier gewesen Also da das 7-6 in der Phase Da ist der Pfosten Rettet für den nicht schlagenden Lungo Also ich behaupte mal Da hätte er keine Chance An den Ball zu kommen Da sieht man wie er an den Innenpfosten krallt Schade Das wäre es jetzt gewesen Damit wäre das Spiel wieder voll offen Und im Gegenzug fällt es 8-5 Und das ist mehr als unglücklich Ja wirklich wirklich unglücklich Norale Italiener Jetzt Linkshänder Mit seinem zweiten Tor in dem Spiel 8-5 Drei Tore Das ist natürlich sehr schwierig In der Center-Position Da sieht Medi Masuki nicht gut aus Aber der schießt nicht Und dann schön gegen die Bewegung Oder schön in dem Falle für Spandau jetzt nicht Aber er schießt schön gegen die Bewegung Baxa ist in die kurze Ecke unterwegs Und der schießt in die lange Ecke ein Und damit drei Tore Rückstand Das wird jetzt sehr schwer Das gibt es da auch eine Ausstellung Wobei man da auch das Gefühl hat Der Grieche da drüben möchte jetzt seine Sache von vorhin wieder wettmachen Wir haben uns inzwischen jetzt erkundigt Also er soll ein Schimpfwort gesagt haben Angeblich wird nur keiner gehört hat Also ist schon interessant Ich kenne ein italienisches Schimpfwort Das sich so ähnlich anhört Das werden wir jetzt aber nicht hören Das möchten wir alle nicht hören Ich hoffe, dass nicht der Italiener das Schimpfwort gesagt hat Und der Spandau dann raus musste Also wäre natürlich eine sehr unglückliche Situation gewesen Und da tolles Tor Tolles Anspiel Wunderschön herausgespielt Ja, tolles Tor auf Remy Saudadier Also das fehlte jetzt Schade Wirklich schade Sehr spät Aber eigentlich ist noch genug Zeit Schöner Pass von Marien Restovic Und dann ein sehr schöner Pass Französische Kombination von Medi Masuki auf Remy Saudadier Und der legt am Torwart vorbei Der in der anderen Ecke unterwegs war Da mit 8 zu 6 Aber noch fünf Minuten zu spielen Wir müssen ehrlich sagen In fünf Minuten gehen zwei Tore Das ist machbar Jetzt den Fahrtwind des Tors vielleicht mitnehmen Und da Dann nochmal Jetzt den Anstoßtreffer machen Vielleicht ein glückliches Tor Dann auch mal mit ein bisschen Glück heute Dann kann es nochmal eng werden Das Feld ist 9 zu 6 Das ist wieder mehr als unglücklich Ja, also genau gegen die Bewegung Das ist wieder Das ist falsch eingeblendet Das Rizzo, der das Tor geschossen hat Mit der Nummer 6 Also nicht Paskovic mit der 8 Sondern Rizzo, alter italienischer Nationalspieler Nimmt den Und schön gegen die Bewegung geschossen Wie vorher der Linkshänder Baxas Unterwegs in die andere Ecke Und damit dürfte bei vier Minuten mit drei Toren Wobei es sind ja fast noch fünf Aber es dürfte wahrscheinlich jetzt Sehr, 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 sehr schwierig werden Müsste jetzt ein schnelles Tor nochmal geben Marien Restowitsch Jetzt wird der Ball auch aus der Hand verloren Und jetzt kommt der Abschluss Ja, der Schuss war schön Aber Torwart Lungo hält den Und es gibt eine Ecke Damit wenigstens neue Angriffszeit Also ich behaupte mal Das war die historische Chance hier Ich möchte jetzt den Api sagen Nicht machen, bevor das Spiel zu Ende ist Aber ich glaube, das war die historische Chance Mit zwei Siegen in die Champions League zu starten Nochmal wieder dran und Latte So halten Und dann noch irgendwie an Zibelk Der Abpraller Also sollte heute in einigen Phasen Auch glaube ich nicht sein Und Konterfoul vorne im Center Damit die Italiener wieder einen Ball besitzen Ja, machen wir mit dem Resümee schon fertig Also es wäre an sich Nach dem Sieg in Nizza mit 8 zu 6 Nach der unglücklichen Konstellation Zwei Auswärtsspiele am Anfang zu haben Jetzt hier aber die zweite Chance gewesen Für Spandau heute Ein Dreier oder vielleicht sogar Ein Punkt zu holen Diese Italiener Da bleibe ich dabei Sind zu schlagen Wären heute zu schlagen gewesen Und wenn Spandau in den ersten beiden Vierteln Konzentrierter zur Sache gegangen wäre Diese Rolle nicht passiert wäre Dann hätte man heute hier Zählbares mitnehmen können Jetzt plätschert so ein bisschen Noch mal vor sich hin da Also es ist mit 9 zu 6 Ist das Spiel jetzt bei drei Minuten entschieden Die Italiener brauchen nur ausspielen Ja, da kann man auch Rausstellung pfeifen Der Italiener ist dahinter Und zieht und muss eigentlich raus Spandau ist überzahlt jetzt Damit nochmal Jetzt gibt der Griecher am Ende Versucht er da ein bisschen nochmal Zu kompensieren Also auch das Rausstellungsverhältnis Ist jetzt durch diese Rausstellung Jetzt noch einigermaßen ausgeglichen So dass man sagen kann Auch da hatten die Italiener eigentlich keinen Vorteil Spandau hatte sehr viel Überzahl Vielleicht zu früh jetzt der Schuss von Tobi Preuss Aber da sind die Italiener auch schon wieder komplett Und die nächste Überzahlchance ist verschenkt Also wir haben zwei sehr schöne Überzahltore gesehen Die beide von der ersten Reihe waren Einmal Medi Masuki und einmal Remy Saudadier Und wir haben aber ansonsten heute bei der Überzahl Einige ausgelassene Chancen auf beiden Seiten gesehen Und Spandau hätte mit einer guten Überzahlquote Bei 10 Überzahl Muss man wenn es gut läuft 5 machen Und ich glaube Spandau hat 2 bisher gemacht Das ist einfach zu wenig Und auch die Italiener bei 9 Überzahl Nicht unbedingt überragend Ja jetzt ja noch kleine Nicklichkeiten sind bei dem Spielstand Und bei 2 Minuten Wahrscheinlich nicht mehr entscheidend Tobias Preuss und Rizzo Haben sich gerne da Umarmen sich Und der Kollege Rizzo kriegt ebenfalls Eine rote Karte Ja Ist damit weg für das Spiel Und Peter Röhle nimmt den Timeout Wird aber jetzt nicht mehr spielentscheidend sein Er wird den Jungs nochmal sagen Komm versuch nochmal ein Tor zu machen Und der Italiener wird seinen Jungs sagen Komm ruhig lasst euch jetzt nicht mehr provozieren Das Spiel ist durch Bei 9 zu 6 Aus meiner Sicht viel zu hoch Also es wäre mit einem Tor denke ich okay Aber so glaube ich viel zu hoch Und Spandau hätte wie gesagt hier punkten können Wenn nicht vielleicht sogar müssen Aber da hat dieser Herr was dagegen gehabt Weil diese Rolle war Völliger Quatsch Die er da gepfiffen hat Und auch ein paar andere Entscheidungen Da war der Ungar heute Zünglein an der Waage Partei läuft wieder Spandau nochmal die Überzahl Jetzt muss eigentlich Also das ist jetzt die Zehnte Ich habe mich da verzählt vorher Aber es muss jetzt irgendwo auch mal ein Tor fallen Gut dealen von der 4 und Lungo wieder Ich glaube der Junge ist flach zu erwischen Hoch hält er momentan alles Aber noch ein Ballbesitz Aber noch mal Die Zeit ausgespielt Aber eigentlich vielleicht hätte er noch mal den Abschluss nehmen sollen Und jetzt Ball unter Wasser Und die Italiener vorne Überzahl Ich glaube er muss sich da jetzt nicht mehr Er wird nicht mehr vorne Sondern sie werden ruhig ausspielen Und werden die Zeiten runterspielen Wenn man 30 Sekunden Angriffszeit hat Dann kann man ungefähr rechnen Dass jetzt keine drei Tore mehr fallen können Bei noch 1,45 Und die werden ihre Zeit jetzt dreimal runterspielen Und werden sagen Okay Spandau schießt auch noch ein Tor Und am Ende jetzt ein Schuss Aber da hat er nicht von der Position geschossen Presciuto der Kleine mit der Nummer 9 Der Jüngere hat jetzt glaube ich Das zweite oder dritte Mal in diesem Spiel Pech, dass er ein Tor schießt Der Ball im Netz ist Aber der Schiedsrichter immer wieder abpfeift Er muss von der Position schießen Wo er auch das Fouli kriegt hat Und wenn er da einen Meter weg ist Dann kann er von da nicht Dann entsprechend den Torschuss machen Und Spandau nochmal Überzahlchance Also jetzt holen die Schiedsrichter da die Schippe raus Und versuchen es von vorhin wieder wettzumachen Und Spandau nimmt die Geschenke nicht an Und macht die Tore nicht Marien Restowitsch Medi Masuki Der Mittelmann blockt Torwart muss gar nicht einschreiten Drei Überzahl in Folge jetzt eigentlich Die alle drei keine Tore sind Wo sogar theoretisch Wenn man sich den Spielstand anguckt Noch alles möglich gewesen wäre Gut, die Italiener hätten dann mehr Gasse geben Bei dem Bogenball Spandau noch ein Glück Dass es nicht das 10 zu 6 gibt Also die spielen jetzt natürlich auch ihr Ding runter Aber mit den drei Überzahl wären da noch Möglichkeiten gewesen Da war jetzt Scheibenschießen Vorne war eigentlich einer vor Da sieht man Markus Stamm Der ohne Kappe jetzt leider von draußen zugucken muss Und 9-6 Das Ding ist durch Da nimmt der Italiener jetzt noch ein Timeout Glaub ich Um es zu verbrauchen Ja, einfach um sein Timeout noch zu machen Seinen Jungs nochmal neue Spieler reinzubringen Und seinen Jungs nochmal zu sagen Komm Jungs, runterspielen Nichts mehr anbrennen lassen Es kann ja bei Punktgleichheit vielleicht auch entscheidend sein Wie die Ergebnisse untereinander sind Und er führt jetzt mit drei Toren Das kann auch das Gesamt-Torverhältnis dann zählen Da kann jedes Tor wichtig sein Und ich sag mal Die Konstellation ist ja so Dass die ersten drei der Gruppe weiterkommen Zolnok als ungarischer Vertreter Aber auch Tabellenführer Also von daher werden die sowieso wahrscheinlich sich am Ende qualifizieren Die sind aus meiner Sicht die stärkste Mannschaft in unserer Gruppe Und qualifizieren sich Weil Budapest als ungarische Hauptstadt Ausrichter des Final Six Dann ist die ersten drei werden sich qualifizieren Und es muss eigentlich Brescia geschlagen werden Und Nizza geschlagen werden Und da muss man gucken, dass man vielleicht OSC Budapest Der auch der nächste Heimgegner am 21. Dezember dann ist Auch schlägt Und dann hinter Brescia und Olympiacos Pireos Die für mich die beiden Favoriten in der Gruppe sind Dann als dritter reingeht Der wäre natürlich eine Sensation Aber da hätte man hier in Brescia heute schon mal punkten können Ein Zeichen setzen können Und dann am 21.12. in Berlin nachlegen Da gilt es jetzt dann schon Da muss man zeigen, welche Ambitionen man hat Aber ich glaube Spandau wird zu Hause noch mehr Akzente setzen können Jetzt die Italiener nochmal Überzahl Und machen auch kein Tor Finden in Baxa dann noch ihren Meister Um dann vielleicht mit dem Heimspiel am 21. dafür zu sorgen Dass man dann gegen Budapest gute Karten hat Also wie gesagt Budapest und Brescia und Nizza Sind die Mannschaften, die man glaube ich hinter sich lassen muss Oder man schafft gegen eine der großen Pireos Oder entsprechend dann Zollnock ein Sieg Heute wäre auch mehr drin gewesen Am Ende steht es dann aber doch 9 zu 6 Ich bedanke mich bei dir Hagen Wie immer für deinen Kommentar Das war Wasserball Champions League auf TV Berlin Und wir sehen und hören uns dann wieder am 22.12. Bis dahin, schöne Tage Euer Christian